...Sucke Lebensmittel produzieren und unser Land ernähren. Wir stehen an ihrer Seite, weil die Bauern zu Bayern, die Räume zu bergen und zu bergen und zu sehen. Wir stehen an ihrer Seite, weil die gesamte Ernährungswirtschaft abgegeben wird. Beginnen bei ihnen als Bauern über Müller, Bäcker und Fleischer bis zu unserem Hotel Gastronomie liegen. Wir stehen aber auch an ihrer Seite, weil diese Regierung unseren Standort immer weiter schwächt. Die Ampel macht das Wirtschaften in diesem Land immer teurer, immer bürokratischer und immer unattraktiver. Ich erspare mir die Antwort auf den grünen Amtorten, wie jetzt, was mir sehr schwerfällt. Aber wenn wir so hohe Staatseinnahmen wie noch nie hatten, solche Steuergelder, und trotzdem nicht mit dem Geld zurechtkommen, dann läuft für uns ein Land etwas schief. Sie haben ja schon deutlich formuliert, dass Sie mit der Rücknahme, so wie sie erfolgt, nicht einverstanden sind. Ich bin ganz sicher, das reicht Ihnen nicht, aber es zeigt hier eines. Ihr Protest zeigt Wirkung und er wird weiter Wirkung zeigen. Also machen Sie weiter. Ich kann Ihnen nur für die bayerische Wirtschaft insgesamt versichern. Wir werden auch künftig fest an Ihrer Seite stehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank.